Was ist das für Bayern? Ich habe es schon ein paar Mal gehört. Immer wieder amüsant, was da so rumgeistert. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Jeder weiß, ich habe einen Vertrag unterschrieben über vier Jahre damals. Jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich nicht besoffen war bei der Unterschrift. Und demzufolge gehe ich stark davon aus, dass ich den auch erfüllen will. Was ist das für Bayern? Die Bayern sind das Maß aller Dinge. Ich glaube, es gibt immer etwas zu verbessern. Ich denke, das hat auch der Trainer dort angesprochen. Aber Bayern ist die beste Mannschaft der Welt. Es kann natürlich sein, dass das über ein paar Jahre langweilig wird. Das ist nie auszuschließen.